Hallo zusammen! Mein Name ist Robert Morosek, Markenbotschafter bei KMS California. Herzlich willkommen in der HABA! Heute geht es um das Thema Farbe. Wir befassen uns mit dem Thema Paintings und da haben wir die Abby mitgebracht, unser Model heute und sie hat ganz naturbelassenes Haar und hier wollen wir wirklich mit der Freehand Technik gezielte Painting ins Haar setzen. Viel Spaß dabei! Für unsere Paintings arbeiten wir hier mit Silk Lift Control Ash und 9% und als Glossy benutzen wir nachher das 10V mit Clear und Colorox. Wir beginnen jetzt schon mit der Abteilung und hier ist es so, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo trägt das Model oder die Kundin am liebsten ihren Scheitel. Abby ist der Typ für den Mittelscheitel, also nehmen wir natürlich die Mitte, haben eine Abteilung von Ohr zu Ohr am höchsten Punkt, so dass wir nachher vier Sektionen haben, um hier wirklich die Abteilung für unsere Paintings zu haben. So, es geht los mit den Paintings. Hier arbeiten wir mit der Freehand Technik. Ich arbeite hier mit horizontalen Abteilungen vom Nacken bis zum Oberkopf. Ist eigentlich super easy hierbei. Ist es natürlich schön, wenn wir eine Assistentin dabei haben. Das ist heute unsere Kaya. Kaya legt mir gleich immer so ein bisschen die Folie drunter. Hier arbeiten wir mit einer Plastikfolie, um hier wirklich das Haar so ein bisschen frisch zu halten und dass die Farbe nicht so schnell austrocknet. Wir haben nun ein paar Mal das noch – das geht. Wir haben mit nur einer Plastikfolie, wo die Farbe nicht so schnell zerfallen, wo die Farbe nicht so schnell sind. Das ist natürlich sehr schön. Wir haben wieder Seiten der Breche, wo ich tue, wo die Farbe nicht so schnell öffnen, aber das ist natürlich auch nicht richtig. Aber wir haben hier auch noch mehr als Hauptabteilung. Wir haben hier nicht gerade raus, wo die Farbe nicht leidet, Die Farbe sind. Untertitelung des ZDF, 2020